willkommen zu einer neuen folge region im spielpodcast mit meinem papa und professionell nicht gamer gerald wödel hallo ein hallo auch von mir und mir dem schon spieler fabian wödel ich habe keinen titel in dieser folge reden wir heute über anno 1800 das ist der letzte ableger der annospielerei ist 2019 erschienen und ist ein eigentlich aufbau strategie spiel mit ein paar echtzeitstrategie elementen und es ist irgendwo ein klassiker im der der pc spiele vor allem und ich weiß gar nicht warum haben wir haben wir einen bestimmten grund gehabt haben wir spielen wollten hast du das wolltest du spielen oder ja ja das hat mich interessiert das heißt du aber hast ja ich glaube da haben wir in der ersten folge darüber geredet du hast irgendwann mal zumindest anno angefasst vor gefühlten 20 jahren 20 jahren vor ungefähr 70 jahren hast du mal angeschaut das war wahrscheinlich irgendwie 1702 oder irgendwas genau genau was alles rausgekommen ist und ja anno ist einfach weiterhin passiert die die letzten jahrzehnte ist von einem deutschland-entwicklerstudio ist von bluebyte und wird heute von ubisoft gepublished ist aber ein sehr sehr traditionelles spiel irgendwo und sehr traditionelles pc spiel vor allem weil strategie spiele sind immer sehr pc und haben eine tendenz dazu pc spiel zu sein weil es leichter ist so management zeug und strategie zeug halt mit was und das dazu zu spielen und ja genau so haben wir es auch gespielt anno 800 gibt es auch nur für den pc bis jetzt ich glaube die arbeiten an konsolen versionen aber ja ist eben so ein klassisches pc ding und so ein bisschen vorerfahrung hast du also zumindest ja du hast halt gewusst was es ist und und dass die spielerei gibt und 1800 ist eben 2019 erschienen und habe ich damals also nicht 2019 aber dann 2020 wo man sehr viel zeit hatte habe ich dann auch mich anderen an andro quasi reingetraut einmal und habe es das erste mal gespielt habe sie jetzt noch mal gespielt prinzipiell wir steigen was wir steigen wieder ein mit wie würdest du das spiel beschreiben wenn du es jemandem beschreiben müsstest was was würdest du sagen wie schaut anders macht man da also als ich begonnen habe wurde mir quasi sofort eine aufgabe gestellt ein mini game im spiel sozusagen das ich lösen sollte und an dem ich gleich einmal bravourös gescheitert bin das heißt mein einstieg war einmal relativ frustrierend da ich für das allererste einstiegsszenario wohl eine gute stunde gebraucht habe bevor ich überhaupt das eigentliche spiel starten konnte oder in das eigentliche spiel gekommen bin und der erste eindruck den ich dabei hatte war dass ich wieder einmal von der grafik des spiels sehr angetan war dass es sehr schön die landschaften die schiffe die da ein wesentliches element sind grafisch wiedergibt und meine erwartungen waren ein spiel vorzufinden das ähnlich wie city skylines mir den aufbau einer siedlung eben um 1800 ermöglicht und so bin ich an das ding herangegangen und habe eine person ausgewählt die ich da drinnen spiele und deren aufgabe es ist eine neue siedlung zu gründen zuerst einmal ja zum kontext was wir in wirklichkeit gespielt haben ist die ist die story ist die kampagne die gleichzeitig so ein bisschen einfach ein tutorial in wirklichkeit ist kein sehr explizites tutorial aber eher so ein implizites mitteil eben bestimmte aufgaben die während der geschichte quasi aufkommen die müssen gelöst werden und so bringt ihr das spiel quasi so ein bisschen bei die ja die grundsteine so ein bisschen was es ausmacht und die sachen die man wirklich machen muss und das heißt du hast dann eben weil du sagst du hast so ein minispiel am anfang spielen müssen oder du hast halt irgendwie keine ahnung man muss zuerst steuert man glaube ich eben dieses schiff mit dem man da irgendwie keine ahnung ist mit irgendwer an bord und auf einer expedition oder so und soll dann von a nach b fahren weil man da irgendwie sachen aufsammeln muss und so lernst du so ein bisschen halt die schiff steuerung zuerst mal kennen und so kleine spielereien gibt es dann immer wieder aber insgesamt ist es eben eine story die hauptsächlich als tutorial dient ich es ist jetzt auch keine mitreißende geschichte es ist eine geschichte es gibt charaktere und bestimmte ja oder die story ist eindeutig für den zweck des tutorials einfach da ja und versucht dir eben so ein bisschen die mechaniken nicht zu erklären das ist nämlich das lustige sie erklärt sie nicht sondern sie sagen dir du musst halt das machen du musst halt dies und jenes irgendwie ja es werden aufgaben gestellt ja es werden aufgaben gestellt und es ist quasi offen wie du die halt quasi bewältigen sollst aber im hintergrund steht halt schon sehr klar dahinter wenn du wahrscheinlich wenn du an du kennst wirst du wissen okay sie wollen mir gerade das beibringen was halt so eine oder das ist relativ eindeutig vor allem am anfang vom spiel insgesamt aber weil du hast halt jetzt wieder city skydance natürlich erwähnt was ein aufbau strategisch spiel ist ohne frage aber mit einem sehr anderen fokus weil auch da wir bauen eben siedlung auf es ist eben ja 800 wir befinden uns so genau industrielle revolution ist so am anfang mitte kann man spielt natürlich über einen gewissen zeitraum und halt kolonial zeit ist irgendwie auch thema und schauplatz von von dem spiel und das heißt man baut siedlungen als als nicht keine ahnung man ist man ist unterstellt einer königin und man darf halt irgendwie als privat unternehmer slash irgendwie bürgermeister irgendwie siedlungen aufbauen und dann und das ist für mich wofür anu in wirklichkeit steht oder das ist das was anu für mich ausmacht als spiel geht es darum produktionsketten produkte zu bauen oder bedürfnisse zu stillen von den bewohnern die man da hat und da geht ja anu das erste mal gleichsam ein stück weit über die spiele mechaniken von city skydance hinaus wenn ich das richtig so erlebt habe denn so produktionsketten explizit könnte ich mich nicht erinnern in einem anderen spiel jemals zuvor jetzt gesehen zu haben nein in city skydance ist eben viel stärker deine aufgabe auf der seite quasi des bereitstellens für die infrastruktur ich würde sagen es ist was infrastruktur fokussierte und in anu selbst weil du eben diese diese auch wieder sehr allmächtige funktion hast als jemand der sich quasi um seine bürger kümmern soll aber gleichzeitig sind die bürger quasi auch deine arbeiter einfach dass du managst quasi auch einfach ein großes unternehmen das verschiedene produkte herstellt aber gleichzeitig sich selbst quasi versorgen muss und das ist so deine aufgabe als als was auch immer man ist gar als oberschiff ja es ist so eine art rolle als kolonialherr nicht über einer insel zuerst einmal ja und aber wie gesagt in der story bist du halt unterstellt dieser königin und da spielen sich einige storylines quasi innerhalb dieser dieses königreichs ab und die dich wieder entschuldigung die die einen selbst als spieler wiederum zur erbringung verschiedener handlungen veranlassen dann nicht diese storylines die eigentlich ja nur erzählt werden münden gleichsam in aufgaben die du wieder zu erledigen hast ja also das ist quasi wie das ganze wie die ganze geschichte wie das ganze tutorial aber aber quasi zurück blickend auf die vergleiche auch mit dieser skylines man hat halt wieder eine eine perspektive aus der luft also man ist wieder das ist wieder eine volle 3d welt in wirklichkeit und man hat so eine vogelperspektive durch die man quasi auf die karte schaut und die karte ist sind mehrere inseln es sind immer so inselgruppierungen und auf einer insel startet man eben zumindest story mäßig ist das eben so und die gibt einem dann auch erst mal schon bestimmte ressourcen also das bestimmt auch immer so ein bisschen was der startpunkt überhaupt ist auf der insel findest du halt bestimmte ressourcen vor oder bestimmte fruchtbarkeiten also man kann man anpflanzen für unsere deutschen zuhörerinnen für unser internationales publikum genau muss dann natürlich von kartoffeln sprechen was mich daran erinnert dass ich nicht allzu sehr im wiener dialekt immer sprechen darf damit uns auch unsere deutschen zuhörerinnen entsprechend verstehen das geht zwar wahrscheinlich auf kosten der unterhaltsamkeit unseres podcasts für diese aber mit sicherheit fördert es die verständlichkeit ja manchmal werden sie nicht lassen können also man baut da eben erdapfel an ja und das ist einmal das erste was man macht auch also es gibt die erste man baut erstmal häuser damit die leute da wohnen können und die leute haben dann halt bestimmte anforderungen wiederum an dich und was sie brauchen natürlich also erstmal grundnahrungsmittel fisch fisch genau das ist es was man das erste macht habe schon viel vergessen ja und dann kann die erdapfel braucht man damit man dann schnapps machen kann das ist dann wiederum quasi grundnahrungsmittel bei anno 1800 kein grundnahrungsmittel aber ein zufriedenheitsparameter ist quasi kann man damit beeinflussen und quasi ist notwendig damit die leute halt bei der laune bleiben muss man hin sich mit schnapps versorgen und wenn man dann das quasi erledigt hat oder quasi eine weitere ebene davon ist die 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 bürger sind eingeteilt in verschiedene level oder die kann man quasi aufleveln auf eine art und weise was irgendwie eigentlich eine schräge funktion ist und ich habe mich immer so ein bisschen gewundert dass man nicht einfach andere häuser bauen kann in die dann andere leute einziehen aber so funktioniert es nicht man baut quasi bauernhäuser das ist quasi die erste das erste level an bevölkerung sind die bauern und dann irgendwann wenn man genug von den bedürfnissen erfüllt hat und eine bestimmte bevölkerungsanzahl erreicht hat darf man halt aufsteigen und dann kannst du sagen diese sechs häuser sind jetzt ich weiß nicht was das zweite level wie es heißt weiß ich nie arbeiter es ist halt so ein bisschen egal wie das heißt weil ich mache ich ich tue einfach nur was mir die zahlen befehlen in diesem spiel deswegen ich beschäftige mich mit den inhalten nicht allzu sehr so so fühlt sich an und für mich oft an aber das daneben die nächste stufe und die arbeiter haben dann wiederum andere anforderungen die dann wiederum erfüllen muss und und so spinnt sich so ein bisschen die komplexität immer weiter von dem spiel und ja du bist also arbeiter hast du ja schon längst soviel ich weiß ja ja und stehe an der schwelle dazu handwerker zu bekommen sozusagen ja genau und wie also du bist jetzt so ein bisschen reinkommen spiel und und ja keine arbeiter sind dann quasi das wo dann wo dann glaube ich das erst mal so merkst was sich da eröffnet an oder wie viel komplexität dann nochmal dahinter steckt wenn du dann wirklich auch produkte hast die quasi mehr anforderungen haben also die was dann eben in der geschichte basiert als so ein bisschen ein tutorial eine bestimmte man braucht tropfen fürs bier das nächste nahrungsmittel in 1800 ist korrekt das kann man quasi nicht auf der insel auf der ersten insel kann man das nicht anbauen das heißt man besiegt eine andere insel oder es ist wieder halt in diesem in dieser story story ding es wird einfach nur gesagt ah das geht da nicht mach mal was oder vielleicht wieder gesagt irgendwie auf einer anderen insel gibt es das oder keine ahnung aber auf jeden fall kannst du dann auf eine andere insel dich ansiedeln und dann lernst du so ein bisschen okay ich muss da jetzt wieder so eine grund die grundbedürfnisse stehlen ich muss da wieder so eine funktionierende siedlung quasi aufbauen bevor erst mal einfach nur das produkt dort herstellen kann was ist dann wiederum auf meine insel transportiere und das ist so das erste mal wo man halt wieder so ein bisschen ja ein bisschen mehr herausgefordert wird von dem was man was man machen muss man muss dazu natürlich zuvor eine schiffswerft auf der eigenen insel errichten damit man die schiffe bauen kann die letztlich die güter zwischen dem schon besiedelten eiland und dem neuen wo der hopfen angebaut werden soll hin und her transportieren denn dort ist zuerst einmal wieder nix sondern man muss die dinge die man braucht bretter sind etwas aus dem bauernhäuser gefertigt werden in annor 1800 die muss man zuerst einmal dort hin bringen damit überhaupt etwas gebaut werden kann und dann in der folge eben wenn es gut läuft und nicht so wie bei mir kann man von dort hopfen zurück auf die insel bringen und mit einer dort errichteten malz bude wie wir in wien sagen würden und einer brauerei verarbeiten so dass endlich den arbeitern ihr bier zur verfügung steht ja aber du hast gemeint das war schon mal nicht so leicht du hast ja da dann erst mal ich glaube das erste mal wirklich so ein größeres problem gehabt oder ja also ich hätte weil du sagst richtigerweise sagst die ganze storyline ist eigentlich ein großes tutorial dass einen nicht vorgibt wie eine bestimmte aufgabe zu erledigen ist sondern durch das stellen der aufgabe selbst jemanden heran führt und und ermuntert etwas auszuprobieren verschiedene wege auszuprobieren um diese aufgabe zu erfüllen das funktioniert über über große bereiche recht gut aber ich bin auch kläglich gescheitert immer wieder und habe also aus diesem grund schon den einen oder anderen cheat oder tipp mir von dir holen müssen um bestimmte spielsituationen rascher zu überwinden in denen ich gehangen bin also ein beispiel irgendwann ist man so weit dass man eisen auf der insel fördern kann diese eisen lagerstätten sind aber durch ein gebirge von dem zuvor von mir schon besiedelten raum getrennt gewesen und es war natürlich die aufgabe wie komme ich dorthin wie kann ich überhaupt dieses eisen vorkommen erreichen und da gibt es dann eine anzahl bestimmter aufgaben wiederum wir wollen ja nicht zu viel verraten die man erledigen muss auf dem weg bevor man überhaupt zu diesem eisen vorkommen vordringt und das das ist wiederum nicht so selbsterklärend ja denke ich und 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 ja manchmal braucht man oder ist es hilfreich trotzdem noch ein paar hinweise eines erfahrenen spielers dazu zu bekommen das mit dem das mit dieser sprengung ist das ist ein bisschen eingebaut in die story und in tutorial aber das sind quasi so elemente die ja der schon was über spiel beibringen aber teilweise extra dafür gemacht sind dass du halt auch bestimmten vor bestimmte fortschritte nur an bestimmten punkten macht das heißt da ist quasi ein teil der insel abgesperrt damit du nicht zu früh irgendwie anfängst mit dingen die die story noch nicht wirklich von der will und deswegen wird da quasi eine ja künstliche barriere wird irgendwo aufgebaut damit du eben nach den regeln von der story mal spielst und damit du alles halt nacheinander kriegst die oder die informationen kriegst die du kriegen sollst zum zeitpunkt und ich finde da merkt man so ein bisschen du hast auch gemeint es ist es ist eine ganz gute herangehensweise finde ich auch es ist ganz nett dass sie halt nur diese aufgaben stellen ohne große sofort oder jeden einzelnen klick quasi vorzugeben ja aber stößt dann grenzen nein es ist ich finde nämlich manche dinge ist weil sie wollen nicht dinge erklären die man irgendwie auf verschiedene arten und weisen machen kann wie du irgendwie so ein bisschen angedeutet hast damit habe ich ein problem das spiel stellt eine offene aufgabe es gibt aber nur in wirklichkeit einen weg oder es gibt genau ein ding was sie dir gerade beibringen wollen aber sie sagen sie nicht sie eben einfach eine aufgabe die sehr stark darauf hinweist vor allem für leute die halt sich irgendwie mit echtzeitstrategie schon auskennen und so zeug oder generell mit spielen auskennen das heißt ich schalte dann quasi sofort zu okay die wollen mir gerade genau das beibringen und habe nicht das gefühl dass da irgendwie eine offene aufgabe ist die auf mehrere arten lösen kann und dadurch kann ich auf verschiedene dinge über spiel lernen sondern es ist eine aufgabe die sehr stark darauf aus ist hier eine bestimmte mechanik beizubringen aber wenn die nicht gut kommuniziert wird generell hast du trotzdem ein problem quasi zu verstehen was du machen sollst und ich wollte eigentlich vorher darauf hinaus also so nicht nicht gesagt aber ist okay dass du auf der einen insel wo du eben den hoffen anbaust wollen sie eben dir beibringen wie man eine neue silo noch mal von komplett auf aufbaut und dein problem war halt du hast du hast die grundversorgung marktplatz und so braucht zum beispiel dass die grundversorgung wieder so vergessen weil das ist so ein bisschen ja das hat man einmal gemacht auf der hauptinsel aber das ist dann schon so ein paar spielstunden her und dann erinnert man sich auch nicht unbedingt dran deswegen einerseits ja sinnvoll dass sie die aufgabe stellen andererseits ist dann glaube ich die die kombination nicht 100 prozent klar von dem spiel dass genau das der fehler war also weil du hast dann halt mich fragen müssen in dem fall und ich habe ja sagen können aber es war es ja irgendwo klar sie wollen halt dass du das und das machst weil du diese grundversorgung wieder herstellen muss auf dieser neuen inseln mit einer neuen es ist quasi wieder komplett alles von neu aufbauen und und daran muss man sich so ein bisschen gewöhnen damit man im laufe des spiels eben mehrere inseln besiedeln kann und dass man die auch absichern kann was sie zum beispiel auch nicht groß kommunizieren aber es ein großer teil vom spiel an und für sie ist du sollst eigentlich neue inseln erschließen damit sie dir nicht andere spieler spieler unter anführungszeichen cpu spieler wegschnappen weil das ist quasi der oder das wo ich immer halt immer so dieses echtzeitstrategie element seh weil es so klassisch das ist was man in echtzeitstrategie spielen macht man man wird quasi auf eine karte gesetzt mit verschiedenen spielern in dem fall sind es halt eben cpu spieler und du also halt spieler die vom computer gesteuert werden und dann beginnt quasi in welcher ein wettrennen ja und bestimmte spiel oder in der in der story ist es so dass da bestimmte charaktere quasi diese diese spieler übernehmen und die haben dann auch bestimmte meistens einen bestimmten fokus also es gibt halt ein ki spieler der besonders auf militär ausgelegt ist und die halt einfach sich aufgerüstet wie ein wahnsinniger und dann gibt es halt die die mehr auf handel aus sind und und sowas aber all das erklärte das spiel nicht unbedingt es passiert halt so ein bisschen zufälligerweise mit dem spielverlauf aber es kommuniziert finde ich dann nicht gut genug seine mechaniken als dass du wirklich weißt was da passiert was glaube ich nicht was dich dann nicht daran hindert spaß zu haben an dem spiel was gut ist aber ich glaube es verpasst so ein paar dinge beim 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 beibringen wirklich für die spieler was ich glaube ist man man muss eigentlich relativ als anfänger immer gesprochen man verbringt relativ viel zeit du kannst nicht anders sprechen das ist vollkommen richtig man als anfänger verbringst du sehr viel zeit mit dem aufbauteil des spiels und bist mit dem auch glücklich und zufrieden das ist auch der größte teil des spiels also so das will ich gar nicht anders das will ich das ist schon da muss ich schon klar das ist auch der größte teil des spiels also du verbringst schon mit dem richtigen teil des spiels auch die ganze zeit aber ich habe zum beispiel diese strategie ebene die habe ich in wirklichkeit gar nicht mitbekommen also wie die drunter liegt und was ich mit der machen kann habe ich eigentlich erst durch unsere kommunikation über das spiel wirklich erfahren denn bis dahin ist sie bei mir nur sichtbar geworden durch vereinzelte aufgaben stellungen die so ein wie du sagst ja auch seine art hinweis da gibt es noch was waren den ich aber nicht umfassend oder und auch nicht richtig gedeutet habe oder deuten konnte ja soweit selbsterklärend ist es eben nicht zudem kommt dass es ja noch eine andere ebene drinnen gibt das was du glaube ich da als eher als mini games bezeichnen würdest dass nämlich in deinen siedlungen oder auch auf anderen inseln du aufgefordert wirst zu helfen kleine aufgaben zu erledigen schiffbrüchige zu bergen und so und du kannst sozusagen als anfänger auch in diesem spiel sogar in einen relativen stress level hineinkommen wenn du versuchst alle aufgaben die dir gestellt werden zeitnah zu erledigen das hat für mich also wäre das eine überforderung gewesen ich habe dann einfach gewisse dinge ausgeblendet und sein lassen und mich konzentriert auf das entwickeln meiner siedlung also wieder auf die aufbauaufgabe ja das was ich dann so ein bisschen als abwechslung wahrnehmen ist für dich so ein bisschen das stören das ist ein störer meiner aufbauaufgabe für mich was du als abwechslung wahrnimmst ja weil es gibt dann eben ja diese bevölkerungsaufgaben zum beispiel was was teilweise nennen sie es auch also fotografieaufgaben dann machst du ein vorgesehen was besondere oder dazu diese wimmelbild aufgaben da suchst du einfach bestimmte kleine die tageszeitungsaufgaben was meinst du damit dass du in den tageszeitungen irgendwelche artikel redigieren sollst naja das sind alles so eigentlich ablenker aus meiner sicht ja von meiner von meiner aufgabe an der ich ich verstehe es ist halt es ist halt da fließt alles zusammen so ein bisschen alles also weil halt strategie spiel und aufbau strategie spiel und so es geht sehr viel um zahlen es geht sehr viel um wir müssen die bedürfnisse befriedigen wir brauchen das und das um das erreichen zu können und alles in wirklichkeit was halt optional ist sind halt einfach boni ja auch diese die tageszeitung oder die zeitungen ist einfach da kriegst du ein bonus dafür oder malus es die zeitungen berichten quasi schon über das was passiert im spiel nämlich du machst etwas gut oder machst du das schlecht und dann wird darüber berichtet und du kannst dann als eben als hier als redakteur quasi eingreifen ja es ist halt propaganda es ist propaganda es ist propaganda deswegen mache ich das nicht ja ich bin publizistik studierende das kann ich mehr aus dem preis nicht weil ich so gut bin aber nein deswegen das sind halt bestimmte boni das heißt du kriegst einen bonus für die leute sind glücklicher plus fünf glücklichkeit für keine ahnung bestimmten zeitraum und dann hast du halt das und das kannst du halt natürlich auch mit der programm die du schalten kannst kannst du sagen ja was was ich brauche jetzt ein boost für das weil im moment kann ich mich mit dem nicht beschäftigen weil ich muss mich auf andere dingen konzentrieren das heißt all diese kleinen aufgaben und auch die bevölkerungsaufgaben da kriegst du items die wiederum dann einfach irgendwie so die setzt zu einem gebäude und dann gibt es plus 20 prozent produktivität für halt in dem umkreis und so zeug alles sozialen spiele deswegen wirkt für mich so ein bisschen als eben abwechslung ich krieg halt auf eine andere art und weise boni für das spiel was ich sowieso spiele die ganze zeit nämlich produktionsketten zu bauen und zu optimieren und ja also das ist eine und du nimmst das war als als halt ja ein bisschen störer ein bisschen weil halt andere dinge auf einmal von dir sofort verlangt werden und es ist es ist schon ja weil sie ja noch die ganze auf dich einreden die charaktere richtig richtig one linern die okay sind aber im übrigen im schönsten theater deutsch ja aber was ich so interessant finde ist halt für mich wenn ich sage da fehlt so eine erklärung ist irgendwie gibt es ein gutes beispiel dafür nämlich die den folk of war ja ist so ein ding dass es einfach vorkommt in echtzeitstrategie spielen und zwar funktioniert wie folgt es ist einfach du bist auf dieser karte und dort wo was ist deine einheiten also in dem fall deine schiffe sind dort siehst du etwas passiert in deiner siedlung ist sowieso was passiert weil das kein tier und das ist deins und da siehst du sowieso wie es ausschaut dann hast du aber deine schiffe die haben gewissen gewissen sichtsradius und wenn du das schiff bewegst bewegst du quasi auf den sichtradius durch die welt und text quasi weitere elemente von dieser karte auf und dann geht dieser fog weg also dieser nebel nebel des kampfes sagt man es im deutschen wirklich weiß ich nicht aber dieser vor vor eben ist so ein element aus echtzeitstrategie spielen und da gibt es keine aufgaben also es passiert halt so ein bisschen weil natürlich wird in der story von dir verlangt du musst einmal von a nach b fahren aber dir sagt niemand hey deck mal die karte auf weil wahrscheinlich wirst du was finden oder zum beispiel wirst du noch mal mehr inseln finden die du theoretisch besiegeln kannst wenn du willst und der kanal und der echtzeitstrategie spieler weiß halt ich werde am anfang verspielen werde ich das schnellste einheit bauen und einfach einmal die ganze karte abfahren damit und dann sehe ich alles und das ist halt das was halt klassischerweise dann gemacht wird für mich fühlt sich so ein bisschen an wie ja es anno das haben halt immer schon so gemacht und deswegen werden sie leute kennen und was früher war es halt so das sei der beschreibung dazu bekommen und dann hast du halt gelesen wahrscheinlich genau also weiß ich nicht mal ehrlich gesagt ob sowas in der beschreibung tritt ich persönlich habe glaube ich noch nie eine beschreibung von dem spiegel lesen weil dafür bin ich ein bisschen zu jung aber sowas hat es halt früher trotzdem im handbuch gegeben und dann hast du ein bisschen mehr ich kann dir sagen bei dem anno dass ich vor wie viel hast du gesagt 250 jahren für ungefähr 200 vor christus ja da war genau so ein booklet dabei weil das war ja auf einer cd rom mehr das war eine blisterbox ja da war eine cd rom und da war auch ein kleines handbüchern dabei dass die wahrscheinlich dieses diese frage oder dieses diese spielmechanik eigentlich beschrieben hat würde ich jetzt mal annehmen zumindest ja und ich finde sie sind so ein bisschen sehr salopp halt damit dass naja das werden sie wissen also sie gehen so ein bisschen davon aus wenn du an 1800 spielst weißt du ungefähr wie strategie spiele funktionieren aber das erklärt wenn du das so sagst das erklärt warum ich eben immer wieder angestanden bin nicht weiter konnte und auch nur also mit sehr sehr viel probieren dann wiederum mit mit nämlich so viel probieren wo es dann schon nicht mehr lustig wird ja oder wo es nicht mehr herausfordernd ist sondern nur mehr fahrt ist eigentlich ja dass man das immer noch nicht lösen kann weitergekommen bin also und und deswegen habe ich mich dann das eine oder andere mal eben um einen hinweis an dich gewandt um bei den zehn stunden die ich ungefähr an 1800 gespielt habe nicht drei oder vier davon frustriert zu investieren in dinge die für dich selbstverständlich waren die mir aber nie gesagt wurden vom spiel ja ich meine ich muss halt auch dazu sagen natürlich habe ich auch einen gewissen lerneffekt natürlich wenn ich das spiel ich habe auch an 1800 war das allererste auch noch was ich gespielt habe aber halt mit dem wissen also halt mit dem her dass ich schon mal ähm age of empire so xena aber ich weiß wie echtzeitstrategie funktioniert ich kenne videos davon nicht was ich habe alles schon mal so ein bisschen halt irgendwo gesehen zum teil und dann erkenne ich die elemente wieder und kannst ja genau und ich kann so ein bisschen die elemente erkennen und ab und zu sitze ich auch vorne vor anderen und denke mir so ich weiß nicht genau warum das jetzt nicht funktioniert auf einmal sind weniger habe ich weniger bauern ich weiß nicht woran es liegt was an diesem zusatz weil es gibt auch wieder halt ist nicht viele und wir haben jetzt nicht konkret darüber geredet es gibt wieder mehrere parameter halt auch die dann irgendwie messen es gibt ein einkommen du hast auch geld du bezahlst halt für bestimmte gebäude aber dann wirklich größere herausforderung ist eigentlich so ein bisschen die 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 ressourcen die man braucht zum bauen und halt für bestimmte gebäude gibt es natürlich bestimmte ressourcen und so zufriedenheit quasi einzelnen parameter den man den man beachten muss aber dann zufriedenheit quasi auch aufgesplittet auf alle bürger bereiche weil halt alle wieder andere anforderungen haben und die brauchen andere dinge und so und zufriedenheit ist quasi so eine währung in anno ja es ist alles eine währung also in eine bestimmte zahl die einfach die ermöglicht andere zahlen besser zu machen so fühlt sich so fühlt sich dieses spiel an auf eine auf eine gute art und weise aber weil das weil es schon befriedigend ist halt eben diesen aufbau faktor zu haben diesen fortschritt zu haben und es vor allem wachsen zu sehen und das ist halt eben sehr befriedigend anführlich aber das ist das ist wichtig dass du jetzt auch diese seite positiv ansprichst weil für mich ist anno ja durchaus ein sehr spannendes und herausforderndes und spiel dass ich sehr positiv in der gesamtheit erlebt habe weil da eben diese verquickung mehrere elemente die ich sonst wahrscheinlich nur einzeln bislang erlebt habe also aufbau und strategie etwa vorkommt und das macht die sache für mich jetzt plötzlich ungeheuer komplex unter anführungszeichen ja ich glaube es bringt dir aber schon halt was auch wieder im sinne von so ein bisschen die 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 mechaniken so ein bisschen kennenzulernen und selber so ein bisschen zu versuchen zu verstehen weil in dem spiel habe ich nämlich zum beispiel auch halt wieder oft das erlebnis dass ich mich frage warum funktioniert etwas nicht und dann muss ich aktiv schauen und schauen was mir das spiel für informationen gibt dass es besser funktionieren kann oder weil es eben nicht so direkt kommuniziert weil es wird keine textbock aufploppen und sagt bei einer leute sind unzufrieden wegen dem und dem du sollst am besten das und das machen sondern das passiert nicht sondern du hast du siehst irgendwas funktioniert nicht und dann musst du erst mal überprüfen und ausprobieren und 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 das ist in dem spiel sehr stark und eben auch für mich als jemand der vorher nie annum gespielt hat eine bestimmte lernerfahrung aber ja es fällt bei einem für sich auch es ist es klingt auch bei mir glaube ich relativ viel nach kritik so in dem sinne ich finde eben das tutorial ist nicht super gut vor allem für einsteiger wahrscheinlich manchmal eben ein bisschen zu undurchsichtig aber insgesamt warum annum spaß macht ist halt weil du genau es ist es das worüber in city skyline schon ein bisschen geredet haben es ist das irgendwie es ist auch dieser fortschritt ist es aufbauen und dann der wusel faktor mein lieblings wort ja weil sich das so viel bewegt und was man auch sagen muss es ist nicht sehr abstrakt in dem in dem wie es quasi produktionsketten darstellt oder so weil du hast zum beispiel das weizenfeld das produziert weizen halt in bestimmten abständen dann fährt von dort ein wagen zu einem lagerhaus das du platzierst und bei diesem lager sobald es im lagerhaus angekommen ist ist quasi in deinem universellen lager also dann hast du es quasi in deinem system das folgt oder daraus folgt dann halt man sieht halt wie alles sich bewegt man so weiß wo die ressourcen herkommen du weißt wie sie bewegt werden natürlich die schiffe spielen auch dann wieder eine rolle wenn du das inselübergreifend machen musst siehst du auch wie die schiffe von nach b fahren und dann werden die waren eben transportiert und das ist was an wo so irrsinnig einen in den band ziehen kann weil man halt einfach es ist so eine arbeit an an perfektionieren und dann haben irgendwie alles funktionieren sehen am ende das alles und auch und es ist man hat den eindruck man ist in einem sehr lebendigen spiel du musst nichts von hand anschieben damit sich etwas bewegt in diesem spiel sondern es ist immer action ja durch diesen wusel faktor ausgedrückt und der ja optisch schon allein deshalb auch wiederum hier in anno ganz toll ist weil es ja nicht nur deine siedlung gibt sondern auf anderen inseln fertige großstädtische siedlungen wo du ja mit dem schauen also da kannst du ja eine halbe stunde einmal spazieren schauen nur und dich an diesem wusel faktor einer fremden siedlung erfreuen also du bist in einer in einer welt die dich schon sehr schnell recht gekonnt in ihren band zieht eigentlich es ist auch eben einfach man kann ein bisschen man kann quasi rein zoomen so weit wie man will so fast deswegen ist das detailgrad auch einfach auf einem sehr kleinen level sehr groß also es ist sehr viel sehr detailliert und eben man hat irrsinnig viele leute halt rumlaufen und dinge tun und einfach süße animationen irgendwie am hafen stehen halt hafenarbeiter und tragen kisten nummer dumm und so zeig und das ist sehr schön es ist schön zum anschauen und das heißt wenn man quasi mal ein bisschen gebaut hat für die letzten für letzte stunde oder so kann man sich mal hinsetzen und zurückschauen und oder ein bisschen betrachten was man gemacht hat und und wie das alles funktioniert und das macht richtig feuer alles macht wie das quasi alles die die zahnräder da ineinander greifen das ist sehr schön da würde ich auch gerne also optisch ist es halt ein ziemlich modernes spiel an und für sich die grafik von an und hat sich auf jeden fall weiterentwickelt weil es weil es halt eben dieses volle 3d mittlerweile ist und dass das quasi hilft dem dem faktor das hilft quasi nur indem dass man sich da sehr dass das sehr kohärent alles wirkt dass das alles irgendwie sehr zusammenhängend ist und ich habe auch persönlich muss ich sagen den soundtrack so gern die musik die die in anno spielt ist sehr sehr passend für das was man macht weil man muss sich konzentrieren weil ich kann ich kann nie was anderes machen wenn ich an und spiel ich meine ich kann ich habe ab und zu versucht podcast zu hören während ich an und spiel aber es geht nicht weil ich weil einfach da da vielleicht verstehe ich irgendwo dass du halt auch ein bisschen aus dem kontext gerissen wirst wenn du halt irgendwie aufgaben aufploppen weil ich muss auch sehr konzentriert sein wenn ich an und spiel damit ich weiß was passiert und damit ich wirklich die richtigen dinge macht und in der richtigen reihenfolge und so sagen also das ist da kann ich ein bisschen nachvollziehen das ist es fordert ziemlich die konzentration aber gleichzeitig kommt man halt in einen guten flow weil man immer was zu tun hat weil man immer etwas ausbauen kann und weil es immer irgendwie was zum weiterbauen gibt also das keine ahnung da da kann ein anno richtig reinziehen und da funktioniert es irrsinnig ist nicht gut und der soundtrack hilft eben dazu noch mal so ein bisschen sich da reinzufühlen und und komplett irgendwie alles andere zu vergessen also es ist es ist jedes mal wenn ich an und spiel sind irgendwie drei stunden vergangen und es fühlt sich an als wäre es als wäre es nicht das stimmt die zeit beim anderen spielen ist sicher so schnell vergangen wie maximal bei city skylines noch von allen spielen die wir in diesem jahr schon gemeinsam angeschaut haben gibt es noch etwas wichtiges was du ansprechen willst ich glaube eigentlich dass wir alles erwähnenswerte im wesentlichen schon angesprochen haben das spiel spricht ganz stark für sich wenn man drinnen ist und es lässt sich aber andererseits merke ich in dieser folge schwer darüber sprechen oder schwerer als über manche andere habe ich das gefühlt dass wir uns tun darüber zu sprechen ich meine du bist halt jetzt eben so ich meine wir haben angesprochen wie weit du gekommen bist du bist irgendwie bei den wie er arbeitet und halt so an der nähe von vom nächsten bevölkerungsschritt ich bin halt was der zweite große teil vom spiel ist in wirklichkeit in dem bin ich jetzt wieder drinnen auch ist ist die neue welt also ist amerika in wirklichkeit also es heißt nicht in amerika es ist auch in der neuen welt südamerika eigentlich so ein bisschen ähm was in wirklichkeit jetzt nicht groß das spiel verändert wie man spielt sondern es ist einfach eine neue karte neue inseln du hast mehr platz du hast ähm ja einfach neue ressourcen auch neue ressourcen und neue produktionsketten in wirklichkeit wieder ja das heißt du machst sehr ähnliche dinge sie schauen anders aus es ist sehr hübsch auch wieder ähm aber es ist grundsätzlich spielst du dasselbe spiel dort ähm und dann geht es so ein bisschen auch darum halt neue und alte welt zu verbinden und da halt äh frachtrouten sinnvoll zu planen weil die brauchen dann auch wirklich eine zeit alles im spiel ist halt wirklich auch zeitabhängig also es ist immer deswegen der echtzeit fokus irgendwo es ist nicht so keine runden oder so es ist halt alles passiert kontinuierlich sehr angenehm dabei entschuldige wenn ich dir ins wort fall ist allerdings die tatsache dass man das vergehen der zeit beschleunigen und auch verlangsamen kann was ja beides sehr viel sinn macht eben zum beispiel wenn man auf eine schiffsladung irgendetwas am anderen ende der welt wartet dann ist es angenehm natürlich zu beschleunigen oder wenn man gerade finanziell im desaster ist ja und sich überlegt wie kann man diesem desaster entkommen dann ist es unglaublich angenehm wenn man den spielverlauf verlangsamen kann weil einem dann weniger rasch das geld ausgeht ja ich fand es immer schräg weil man kann es nicht anhalten und währenddessen irgendwie bau also so vorplanen oder so also du kannst schon anhalten und irgendwie da was ausdenken aber du kannst nicht wie in anderen spielen was ich halt von anderen wirklich so auch aufbauspielen gewohnt bin die zeit anhalten und währenddessen quasi bauen und dann läuft weiter ab dem zeitpunkt wo du sagst jetzt darf es weiter laufen sondern es ist wirklich nur so gedacht weil weil halt eben quasi wenn wenn jetzt irgendwie du an krieg mit irgendwerm anfängst dann werden irgendwie truppen bewegt und so und du kannst nicht einfach truppen irgendwie hinstellen oder so das geht beamen würdest du sie dann müssen ja deswegen kann man es eben verlangsamen damit man so ein bisschen mehr in die planung kommt und dass man ein bisschen entschleunigen kann und nicht irgendwie halt so viele dinge passieren die passieren können und das kann helfen und ja beschleunigen beschleunigen tue ich es fast nie weil ich habe eigentlich immer was zum tun und wenn ich auf irgendwas warte dann mache ich irgendwas anderes und dementsprechend verwende ich das im spiel so selten aber es ist hilfreich wenn man es braucht hat man es ähm ja also es gibt dann die neue welt und die verbindet man in der möglichkeit mit der alten welt und dann es wird einfach alles komplexer ja und und man baut dinge die komplexer sind die mehr ressourcen brauchen die mehr verschiedene ressourcen brauchen und die ressourcen aus der alten und der neuen welt verbinden und die leute aus der neuen welt wollen dinge aus der alten welt und die leute aus der alten welt und dinge aus der neuen welt es verbindet sich einfach alles mehr und du du planst mehr wie alles zusammen wachsen kann und hoffst dass dir niemand Krieg erklärt weil äh keine ahnung das kämpfen ist äh ist auch nicht mein ding in dem spiel weil ich halt auch aufbauen will die ganze zeit ähm obwohl es auch da wieder ganz nett ist weil man halt man man halt die abwechslung hat wenn man es will ähm ja jahn fazit ja fang was ist dein fazit ja also jetzt blicke ich ja schon auf eine reiche spielerfahrung zurück mindestens fünf oder sechs spiele oder noch mehr haben wir im heurigen jahr am pc und dann andere noch auf den konsolen gespielt und ich merke schon dass natürlich ähm jede bewertung bei der fazitfrage immer abhängiger davon wird was habe ich davor schon gespielt erlebt und was hat es mit mir gemacht und bei anno 1800 kann ich wirklich sagen das ist ein spiel bei dem ich mir vorstellen kann noch ganz ganz viel mehr zeit zu verbringen weil ich mit sicherheit noch lange 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 zeit nicht ausgereizt habe ähm was hier möglich ist in diesem spiel auf den verschiedenen ebenen weil es grafisch wieder unglaublich toll gemacht wird einmal mehr stichwort wuselfaktor und weil es gleichzeitig aber ein 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 sehr befriedigendes spielerlebnis hergibt durch diese grundlogik eines aufbauspiels für mich also ein ganz super tolles spiel das ich sehr zu schätzen gelernt habe ich als eigentlich in welcher auch nur anfänger aber halt trotzdem jemand der sich mit spielen zumindest beschäftigt ich habe es auch sehr gern es ist eben man kommt in einen sehr guten flow und das macht irrsinnig Spaß da dieses diese diese Siedlungen wachsen zu sehen dieses das Fortschrittgefühl ist irrsinnig gut macht irrsinnig Spaß es ist für mich so ein bisschen dass wenn man wenn man halt einen Kontext hat es ist für mich so ein bisschen wie ein sehr gemütliches Echtzeitstrategiespiel Echtzeitstrategie wirkliche Echtzeitstrategie ist nämlich sehr stressig das macht irgendwie Sinn also wenn man irgendwie über Age of Empires redet wenn man über Starcraft redet das ist einfach da habe ich Angst vor wenn ich das gegen vor allem wenn ich das gegen Leute spielen müsste ist nie wirklich was für mich gewesen da ist Anno quasi baut quasi diesen Ressourcenteil dieses Ressourcen beschaffen und verarbeiten baut es viel mehr aus halt als jemals in Age of Empires oder so es jemals machen könnte auch und macht das so ein bisschen zu einem der größten Fokuspunkte des Spiels und deswegen fühlt es sich für mich viel besser an weil das ist auf jeden Fall eines einer der Dinge die mir mehr Spaß machen in Echtzeitstrategie gleichzeitig fühlt es sich so ein bisschen an wie ein Echtzeitstrategiespiel aber halt in der gemütlichsten Form die es gibt und das mag ich irrsinnig gern an dem Spiel deswegen deswegen mag ich es gern weil es mir so ein bisschen die Möglichkeit gibt eine Art von Strategie zu spielen die ich normalerweise nicht wirklich kann oder ja die mir zu stressig ist teilweise und das macht es irrsinnig gut und dafür habe ich es sehr sehr gern und damit bedanke ich mich fürs Zuhören auch wenn ihr eure Spiele vorschlagen oder sonstige Rhythm-Meldungen geben wollt könnt ihr es gerne machen unter at region unterstrich podcast auf Twitter oder per Mail unter region.gamespodcast at gmail.com und damit verabschieden wir uns bis zur nächsten Folge Tschüss und auf Wiedersehen mit und da ein bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Vielen Dank.